Meiner Ansicht nach liegen sehr viele Talente eigentlich im Handwerk, die noch unerkannt sind. Und ich würde mir wünschen, dass es eine Wertsteigerung gibt für die berufsbezogene Ausbildung. Mein Name ist Belinda Ruckschung. Ich komme zum Projekt durch die Johanna Dickruber. Sie hatte mich besucht beim Werkraum Regenserwald. Ich war Geschäftsführerin und sie hat sich interessiert für den Verein und die Baukultur und das Handwerk im Regenserwald. Also sowohl der Semmering als auch der Regenserwald haben beide eine lange Tradition, was Baukultur betrifft. Am Semmering ist es noch ein bisschen im Dornröschenschlaf. Der Regenserwald hat das Kapital Baukultur schon entdeckt und hat es weit über die Landesgrenzen bekannt gemacht. Das Handwerk und die Baukultur als wechselwirkendes Element für eine lebenswerte Region. Und das kann, denke ich, der Semmering vom Regenserwald lernen. Also es gibt die LEADER-Projekte, die sehr gerne auch in Anspruch genommen werden. Also LEADER-Projekte, EU-geförderte Projekte sind immer ein Motor für die Regionalentwicklung. Natürlich braucht es ein breites Commitment vom Bund, vom Land, aber auch von den Gemeinden, weil die Gemeinden sind ja dann vor Ort und sind dann vor Ort auch die Ansprechpartner für Baukultur und Handwerk und generell für die Bevölkerung. Aus der Veranstaltung nehme ich mit ein unglaubliches Interesse von den Gästen. Es waren interessante Gespräche, die auch mir Einblick in die Region gegeben hat. Ich war sehr positiv überrascht, wie vielfältig das Publikum ist, wie aktiv sich auch die Handwerksbetriebe hier eingebracht haben in die Diskussion. Und ich denke, das Ganze ist heute auf gute Füße gestellt worden und ich bin schon gespannt, wie es weitergeht. Ich nehme eigentlich sehr viel mit, abgesehen davon, dass wir in einem der schönsten Räume hier zu Gast sein konnten. Handwerk als ökonomischer Faktor hat absolut eine Chance, weil es gibt nicht nur die Sehnsucht nach gutem Handwerk und nach Qualitätshandwerk, sondern es gibt auch einen wachsenden Stolz zu sehen im Handwerk. Ich war jetzt gerade in Wien und habe überall gesehen handgemachte Semmeln und habe auch das Argument gesehen, warum die natürlich teurer sind als die industriellen Semmeln. Und ich glaube, dass die Bevölkerung auch jetzt durch die vielfältigen Krisen durchaus ein Interesse daran haben, regionales Handwerk zu fördern. Handwerk ist ein wesentlicher Motor für die Identitätsstiftung einer Region. Einerseits als Arbeitgeber, andererseits aber auch als Standortentwickler und natürlich auch als Treffpunkt, weil wo trifft man sich? Man trifft sich beim Friseur, man trifft sich bei der Bäckerin, man trifft sich bei den Schneider, man trifft sich bei der Tischlerei und so weiter. Also das sind Betriebe, die sind sichtbar im Ort und dadurch auch Teil vom Ort, ganz wichtiger Teil vom Ort. Und das Lebensmittelhandwerk begegnet uns ja auch auf mehreren Ebenen, außerhalb der Betriebe in den Gasthöfen oder sogar dann zu Hause, wenn man das Lebensmittelhandwerk dann auch als Konsumentin nutzt. Ja, Handwerk ist was unglaublich Schönes. Es gibt nichts Besseres, als mit den Händen etwas zu schaffen und das Ergebnis dann auch zu sehen. Ich glaube, diese Akzeptanz für eine Fachausbildung im Handwerk, die könnte noch steigen, vor allem bei den Eltern, die vielleicht eine andere Zukunft für ihre Kinder planen. Aber es liegt, glaube ich, immer am Talent des jeweiligen. Und meiner Ansicht nach liegen sehr viele Talente eigentlich im Handwerk, die noch unerkannt sind. Und ich würde mir wünschen, dass es eine Wertsteigerung gibt für die berufsbezogene Ausbildung.